Die Athletik soll eigentlich den Körper auf die Anforderungen der Wettkampfsituation vorbereiten. Das macht man durch Athletiktraining, das physische Training. Wir gucken aber dahingehend, es gibt ja nicht nur Anforderungen an die körperlichen Eigenschaften, sondern auch an die zentralen Bewegungssteuernden. Das heißt, was müssten die Augen denn können, um den Ball richtig zu tracken, wenn er nach rechts geht? Welche Ehenareale machen denn die Oculomotorik eines Pursuits, einer Blickverfolgung in den rechten Raum? Und dann gucken wir uns, welche kortikalen Areale das sind. Oder wer stabilisiert meinen Körper, wenn ich nach rechts in die Vorhand laufe? Wer nimmt denn überhaupt die Geschwindigkeit wahr und reguliert aufgrund der Geschwindigkeit die posturale Stabilität? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Wir gehen heute, wie so häufig, aus der Medizin heraus. Und wir gehen in Dinge, die eigentlich viel wichtiger sind für unsere Gesundheit, nämlich die körperliche Aktivität. Und ich habe heute den Herrn Lars Lienhardt da, der dort einiges ausgegraben hat, was für uns ausgesprochen wichtig ist. Herr Lienhardt, herzlich Willkommen und bitte sagen Sie mal ein bisschen was, wo Sie herkommen und was Sie so tun. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, woher ich komme? Grundsätzlich komme ich aus den Sportwissenschaften und habe mich in den letzten zwölf Jahren damit beschäftigt eigentlich, wie reguliert unser Gehirn eigentlich Bewegung? Ja, und Bewegung wissen alle, wie wichtig die körperliche Aktivität ist. Aber wie wichtig sind denn die zentralen Punkte, die die regulieren? Also ich bin der festen Meinung, Training, Schnelligkeit, Kraft, alles beginnt im Kopf und wird vom Körper ausgeführt. Und da müssen wir hin. Wir müssen mit allen Mitteln dahin kommen, dass wir Menschen wieder zu mehr Aktivität kriegen. Also das dumpfe Krafttraining an der Maschine ist nicht das, was uns wirklich weiterbringt. Oh, doch. Es gibt genug Hinweise, dass das sehr, sehr, sehr viel schon bringt. Aber es geht eigentlich dem Gehirn immer über die Interaktion mit der Umwelt. Und dafür braucht es Kraft. Das heißt, Kraft muss einen Transfer in meine Arbeitswelt haben, einen Transfer in meine Sportwelt. Es muss einen Transfer haben in Dinge, die mir wichtig sind und Dinge, die mich besser machen. Dann ist Kraft perfekt. Aber auch alleine die Tätigkeit des Trainings wissen wir schon so genau, wie viele positive Effekte wir davon haben. Aber das Schöne ist, und ich arbeite im Hochleistungssport. Ich bin eigentlich sowas wie ein Personal Trainer für Olympioniken. Ja, meine Aufgabe ist es quasi, Menschen so vorzubereiten, dass deren Gehirn die anstehende Bewegungsaufgabe optimal lösen kann. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich mit klassischem Krafttraining das erreichen kann, sondern es muss diesen Transfer haben. Und dann ist die Perspektive über das Gehirn auf die Bewegung, neurozentriert nennen wir das, eine sehr spannende Sache, wo wir vielleicht einfach noch mehr Möglichkeiten bekommen, unseren Kunden, unseren Athleten, Patienten einfach zu helfen, indem wir die Software optimieren. Okay, und das heißt dann unterm Strich, das ist das berühmte Prozent, was denjenigen besser macht als die anderen, die auch das gleiche vorhaben. Interessanterweise sprechen die Athleten ganz oft von diesem Prozent, die sich dabei tatsächlich eröffnen oder abrufbar sind. Ja, ja. Ich sehe es gar nicht als Mosaik oder Prozent, sondern naja, wenn wir uns mit dem Gehirn und die Interaktion mit der Umwelt beschäftigen, dann ist das schon ziemlich zentral. Ja, absolut. Das haben wir ja gelernt. Und wir haben auch gelernt eben, dass im Körper nichts isoliert passiert, sondern es ist immer in Kombination. Und je besser ich kombiniere, je solider mein Verbundsystem ist, was ich dort entwickle, umso effektiver ist der Outcome, gar keine Frage. Ganz genau. Ich spreche immer von Rahmenbedingungen müssen optimiert werden. Ja. Das heißt, wir haben ganz oft ein nicht gesundes Gehirn und machen dann Sport und auf einmal möchte das Gehirn gar nicht mehr partizipieren, weil diese sensorischen Informationen, die aus dem Sport kommen, gar nicht integriert werden kann. Dann ist Sport mitunter manchmal eine Bedrohung, so schlimm sich das anhört. Ja. Okay. Aber das Gehirn ist nicht gesund genug, um diesen sensorischen Informationsgehalt zu bearbeiten. Ja. Und deshalb bin ich auch gerne für Rahmenbedingungen. Ja. Und je besser die Rahmenbedingungen sind, je sicherer ist das Gehirn. Weil das Gehirn ist ja immer ein Organ, was ganz klar immer guckt, ist der Organismus noch sicher? Ja. Ja. Und die Sicherheit, die vom Gehirn erlaubt ist, oder die wahrgenommen wird, sind halt tatsächlich davon abhängig, wie gut das Gehirn die Umwelt wahrnehmen kann, den eigenen Körper wahrnehmen kann. Und das Körperinnere wahrnehmen kann. Hat es damit Schwierigkeiten, ist tatsächlich, manchmal muss man erst das Gehirn gesund machen, bevor man tatsächlich all die positiven Sachen aus körperlicher Arbeit nutzen kann. Okay. Wie sieht das denn in Natura aus? Was muss man tun oder wie ist das Konzept, dass Sie diese Erkenntnis, die ja primär mal eine theoretische Erkenntnis ist, dass Sie die Erkenntnis in die Praxis, ins Training oder sogar in den Arbeitsalltag der Leute umsetzen können? Okay. Ja, das ist spannend. Das ist halt immer unterschiedlich. Grundsätzlich werde ich tatsächlich gekauft, gebucht, braucht man mein Training, um eine spezifische Situation zu verbessern. Zum Beispiel die Rückhand beim Tennis. Okay. Vorhand beim Tennis, so spezifisch arbeiten. So spezifisch ist das. Ja, und gucke ich mir das dann an, dann gucke ich, wir arbeiten im körperlichen Bereich ja sehr stark mit athletischem Training. Das heißt, die Athletik soll eigentlich den Körper auf die Anforderungen der Wettkampfsituation vorbereiten. Das macht man durch Athletiktraining, das physische Training. Wir gucken aber dahingehend, es gibt ja nicht nur Anforderungen an die körperlichen Eigenschaften, sondern auch an die Zentralbewegungssteuernden. Das heißt, was müssten die Augen denn können, um den Ball richtig zu tracken, wenn er nach rechts geht? Ja, welche Ehenareale machen denn die Oculomotorik eines Pursuits, einer Blickverfolgung in den rechten Raum? Ja, und dann gucken wir uns, welche Kortikalareale das sind. Oder wer stabilisiert meinen Körper, wenn ich nach rechts in die Vorhand laufe? Ja, wer nimmt denn überhaupt die Geschwindigkeit wahr und reguliert aufgrund der Geschwindigkeit die posturale Stabilität? Und da sind wir beim Gleichgewichtsorgan. Ist also das Gleichgewichtsorgan durch was auch immer in der Biografie eingeschränkt oder die Gleichgewichtskerle, die diese Regulierung der Spannungsmuster machen, dann hat der Athlet natürlich Schwierigkeiten in der Erlaubnis, eine optimale Vorhand zu hauen. Ja, weil die Stabilität nicht richtig ist, ja, und eventuell ein Auge gut drauf ist und eins wackelt. Ja, und jetzt muss das Gehirn ein Bewegungsprogramm erstellen zum Ball. Und jetzt hat es Schwierigkeiten und da gehen wir in. Das heißt, der Körper ist vielleicht echt stark genug. Nur das Gehirn darf aufgrund der sensorischen Informationen der Bewegungssteuerung die Kraft gar nicht nutzen. Okay, also das geht erst nicht auf die Straße. So, so hat es zum Beispiel Alexander Sverev beschrieben, nachdem wir gearbeitet haben. Und dieser Mensch ist extrem stark. Also was der im Strength and Conditioning leistet, ist es unbelievable. Ja, aber er hat gesagt, das erste Mal nach der Stoff der Arbeit war er in der Lage, das auf den Platz zu bringen. Das heißt, diesen Transfer zu schaffen. Ja, das heißt, ist das Auge stabil? Ist die reflexive Stabilisierung gut? Funktionieren die uralten, extrapyramidalen, motorischen Systeme gut? Ja, ist die Erlaubnis vom Gehirn, Leistung zuzulassen, halt einfach größer? Ja, und dann, ja, und das mache ich eigentlich. Ich habe eine konkrete Aufgabe, die mir gestellt wird und ich gucke, okay, welche kortikalen Areale kann ich nutzen? Welche Sinnesinformationen braucht das Gehirn, um diese Bewegungsaufgabe zu nutzen? Das ist im Sport so, aber wir können auch gucken, wo wird denn Blutdruck reguliert? Ja, und an diese Zentren gehen. Wo wird denn mit Stress verarbeitet? Wo wird Tromöostase reguliert? Also es gibt noch diesen Transfer in die Gesundheit. Aber meine Aufgabe ist es natürlich, Leistungsoptimierung über zentrale Bewegungssteuerung. Und was für Werkzeuge haben Sie da? Oh, Stifte, Zunge, Gleichgewicht. Also ich brauche eigentlich nichts. Ja, was wir machen, wir überprüfen zum Beispiel das Gleichgewichtssystem über Gleichgewichtstests. Ja, ich kann einen vestibulären-okularen Reflex testen. Ich kann die Funktion der Makularorgane testen, indem ich linear beschleunige und zum Beispiel die Blickstabilisierung dabei feststelle. Das heißt, es sind ganz klassische Tests aus der vestibulären Rehabilitation. Oder wir machen okulomotorische Tests. Ja, das sind also Standardprozeduren aus den verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Ja, und die gucken wir uns an, um zu schauen, hey, ist in diesem System etwas, was ich vielleicht mal adressieren könnte, um zu gucken, wir wissen nie genau, wie wir funktionieren, ob es Einfluss auf die Technik hat, Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Ja, und so gehen wir diese Systeme durch, durch ganz einfache Tests. Und ist das so, dass das bei jedem dann gleich ist, oder ist da jeder anders? Also, das Gehirn ist zwar geordnet, aber völlig individuell verschaltet. Ja, also one fits all gibt es bei uns nicht. Okay. Also, das Bankdrücken, was das hier stärker macht, das, ja, aber das gibt es bei uns nicht. Natürlich können wir zum Beispiel einen Gleichgewichtskern adressieren. Aber es gibt ganz viele afferente Zugänge in diesem Kern, warum er nicht funktionieren könnte. Das könnten die Afferenzen aus den Muskelspindeln der Nackenmuskulatur sein. Das könnten die Afferenzen aus der Halswirbelsäule sein. Das könnten aber auch die Afferenzen aus den verschiedenen, sagen wir mal, Gleichgewichtsorganen sein. Das heißt, wir wissen nicht, warum dieses Kerngebiet nicht optimal funktioniert. Und dann müssen wir, wenn wir wissen, was wir halt machen, ist eigentlich angewandte Neuroanatomie. So könnte man das beschreiben. Okay. Weißt man anatomisch, welche Afferenzen in dieses Kerngebiet laufen und welche Funktion der Kern an sich hat. Und dann müssen wir individuell gucken, hey, wann haben wir den Effekt, den wir wollen. Also die bessere Technik, die höhere Kraft, die bessere Schnelligkeit, bessere Koordination. Und wir haben schon letztendlich viel, viel Praxiserfahrung, dass wir wissen, wo wir dominant suchen. Je älter ein System ist, desto wichtiger ist es, weil sich die anderen darauf aufbauen. Aber wissen genau können wir es nicht und das muss individuell überprüft werden. So dass also auch hier am Anfang die Diagnostik steht, die Bestandsaufnahme. Ja oder weniger, ja. Ja. Nur mit Mitteln, die nicht, ja. Ja, es ist schwer, sowas evident zu basieren, wissen Sie. Ja, es ist ja häufig so. Wenn man neue Wege beschreitet, dann sucht man sich aus allen Disziplinen alles zusammen, was entweder geeignet ist. Und dann muss man halt Erfahrungsgunde betreiben. Und dann geht es ja sehr. Gucken wir mal, warum es funktioniert. Ja, und dann gilt der alte Grundsatzverhältnis, hat recht, ne. Im gewissen Maße ist es tatsächlich. Da sollten wir wieder kommen. Wir werden die Aussage, ja. Ja, absolut. Und wenn Sie jetzt, ja nochmal andersrum. Wie lange knobeln Sie denn, bis Sie sagen, ah, okay, bei dem ist das so und so gescheitert. Also, dass Sie Ihre fertige Diagnose haben. Und wie lange müssen Sie dann an ihm rummachen, um ihm zu helfen? Okay. Ziemlich schnell aufgrund der Praxiserfahrungen und der Fähigkeiten, die ich habe, ja. Okay. Ich habe relativ schnell, okay, die Bewegung ist nach rechts gestört. Dann weiß ich ganz genau, ich gucke mir die Gleichgewichtssysteme an, die Translationsbewegung nach rechts registrieren und verschalten. Ja, das heißt, ich kann relativ schnell über die Anforderungen auf die corticalen Areale setzen und innerhalb dessen muss ich trial and error machen. Ja, aber es geht schneller, als man glaubt. Ja, wenn man länger drin ist, kann man sagen, in einer halben Stunde kann man eigentlich schon anfangen zu trainieren. Okay. Und wir machen keine wirklichen Diagnosen. Ja. Wir gucken überprüfen nur, hat es Einfluss? Hat es Einflussfaktoren? Diagnosen zu erstellen ist an sich heikel. Ja, gut. Es sind traditionelle, ich will nicht sagen Spielchen, aber in der Medizin ist es halt so, man darf nicht therapieren, ohne eine Diagnose zu haben. Ja, richtig. Aber im Grunde genommen steckt ja dahinter eben auch das Bemühen, dem Körper zu helfen, dass er in die Selbstheilung kommt. Und wenn Sie über Ihre Diagnostik, über das Abklopfen verschiedener Systemparameter rauskriegen, wo es klemmt und das dann mit entsprechenden Maßnahmen optimieren, dann haben wir unseren Zweck. Ja, sehe ich genauso. Und den Effekt kriegt man dann sehr rasch geliefert. Ja, in dem Bereich, wo ich bin, wird alles getestet. Also wenn ich mit Leichtathleten arbeite und das Problem ist, die Stützzeit am Boden, dann wird die getestet. Die Sprunghöhe wird getestet, die Bodenreaktionszeit wird getestet. Das heißt, in dem Bereich, wo ich bin, zählt tatsächlich auf dem Platz. So doof dieser Sprung ist, aber kein Bundestrainer sagt, oh, das ist spannend, ja, das Gehirnreguliertbewegung verstehen wir, aber für ihn zählen Resultate. Und das muss messbar sein. Ja, und das machen wir natürlich in dem Bereich, wo ich bin, ist das schön, weil wir den Output messen können. Die Kraft, die Schnelligkeit. Kann er die Vorhinein besser schlagen? Ja. Hat er ein besseres Timing? Ist der Treffpunkt besser? Das kann man sehen. Manches ist subjektiv definitiv. Er fühlt sich halt besser. Er kann den Raum besser wahrnehmen. Das ist natürlich eine subjektive Beurteilung für mich, dennoch sehr, 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 sehr wichtig. Aber wir haben natürlich auch Parameter. Okay. Und gibt es, aber die Antwort ist eigentlich klar, gibt es bestimmte Bereiche, wo sie schwerpunktmäßig unterwegs sind? Oder im Grunde genommen ist alles, was Bewegung angeht, im Gehirn zur Verfügung? Bei mir geht es zwischendurch um Lieblings-Sportarten eventuell, aber ich bin ja sportartunabhängig, weil ich Bewegungssteuerung mache. Das heißt, ich arbeite im Wintersport, ich arbeite im Tennis, ich arbeite mit Gymnastik, Leichtathletik, Fußball sehr, 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 sehr viel. Okay. Ja. So wurde ich ja eigentlich berühmt. Ich war einer der Trainer 2014, als wir gewonnen haben. Da war ich mit dem DFB drüben in Brasilien. Eine große, große, große Ehre. Aber für mich gibt es keinen Spezialbereich. Ich fange zum Beispiel nächste Woche das erste Mal mit einer Sportschützin an, die ich Richtung Olympia begleiten darf. Und mich freut es, ich bin so eine Art Bewegungsdetektiv. Ja. Also es ist kein spezieller Fall. Ich liebe Leichtathletik, da ist mein Herz. Punkt. Ja. Okay. Ja. Aber sobald ich ein Bewegungsproblem habe, gehe ich immer nach wie vor, welche Informationen fehlen dem Gehirn, wie kann ich helfen. Gut, und da ist ja die Struktur oder sagen wir mal das Grundprinzip wirklich immer identisch. Ja. Ohne Gehirn geht das mit der Muskulatur eben nicht richtig schwierig. Ja, das ist jetzt für Sie letztlich, ich will nicht sagen Lebenserwerb, aber das ist Ihre Haupttätigkeit. Brauchen wir jetzt, müssen wir Sie klonen? Brauchen wir von Ihnen tausend Leute über die ganze Republik? Oder wäre es sinnvoll, Teile von diesem Wissen allen Trainern zu geben? Also ich glaube, ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich komme aus der Sportwissenschaften, ich habe Grundlagenforschung Kraft betrieben und damit konnte man schon ganz viel erreichen. Ja, aber mit diesen Hintergründen, wie kommt denn Kraft zustande? Was brauche ich denn, um damit das Gehirn die Erlaubnis schnell zu bewegen, große Bewegungsweiten einzunehmen? Mit diesem Hintergrundwissen, mit diesem neurozentrierten Hintergrundwissen, kann wir halt vielen, vielen Menschen mehr Möglichkeiten geben, an einem Symptom zu arbeiten. Oder mehr ursächliche Zusammenhänge in den Vordergrund zu rücken, die sonst in dem Hintergrund sagen, und zwar, mach dein Training, das Gehirn reguliert das schon. Und da wissen wir mittlerweile mehr. Das heißt, wir haben auch ein Ausbildungsinstitut, das heißt, da sind überwiegend Therapeuten, aber auch Trainer und manchmal Athleten. Und gerade die Leute saugen dieses Thema auf, weil sie ja meistens schon über den Tellerrand schauen, wenn sie zu uns kommen und halt auch dieses Herz haben, helfen zu wollen. Das finde ich ganz viel. Und da ist es relativ schnell klar, dass es sehr hilft, bessere Rahmenbedingungen und mehr Blickwinkel auf ein Ereignis zu haben, auf ein Symptom, auf irgendein Thema. Wer kann nicht reagieren und besser? Das sind derzeit dann Präsenzseminare vor Ort in dem Institut? Oder haben Sie auch schon den Schritt in die Digitalisierung getan? Nee, noch nicht, weil ich bin der ganz festen Meinung, Sport gehört im Gegenüber. Okay. Ja, weil das Lernen hat ganz viel mit Erfahrung zu tun und untereinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich einen Osteopathen in meiner Ausbildung habe, der viszeral geschult ist, dann machen wir was mit dem Körper und er kann palpieren, hey, was ist mit den Organen? Und auf einmal kriegen die das Feedback, hey, die Leber ist weicher oder die faszialen Verbindungen da und da haben sich verändert, nur durch die Augenübungen. Und das bereichert das Lernen immens. Ich kann digital Wissen extrem gut übermitteln, aber mittlerweile kann man eine Trainerausbildung machen, Herr Spitz, ohne jemals mit einem Menschen gearbeitet zu haben. Und da macht es nicht mit. Ja, klar. Da bin ich raus. Keine werden digitalisiert, aber. Ja, nein. Also ich denke, es gibt ja viele Bereiche, wo letztendlich Hands-on absolut entscheidend sind. Aber auf der anderen Seite, das theoretische Wissen kann man ja sicherlich dann digitalisieren. Und ich habe so den Eindruck, als ob diese Hybridform sich etablieren würde. Wir haben alle keine Zeit, wir wollen alle nicht mehr in der Gegend rumreisen, nächstens da rumhören. Und wenn ich das Hybrid mache, kann ich vielleicht 50 Prozent, vielleicht 40 Prozent oder 60 Prozent kann ich in Heimarbeit erledigen, wann immer ich lustig bin. Dann brauche ich vielleicht nicht fünf Wochenenden oder drei Wochen, sondern nur zwei oder ein Wochenende, wo man wirklich dann sagt, so. Also, was du theoretisch weißt, so funktioniert es. Ehrlich gesagt haben wir jetzt gerade das Problem, die Bahnstreik und unser Ausbildungsmodul 1 dieses Jahr geht Freitag los. Na super. Also da ist was dran. Teile können wirklich auch, und wir stellen auch immer digital zur Verfügung. Ja. Aber ich bitte, wirkt euch noch zumindest in den Grundsachen immer um Präsenz. Und was ist denn der ideale Schüler für Sie? Oder gibt es bestimmte Berufsgruppen, wo Sie sagen, die sind aufgrund ihres Werdeganges und Wissens prädestiniert, die Dinge? Also wenn man ein bisschen Vorerfahrung hat, ja, und auch keine, es gibt ja manche, die sind sehr erfolgreich mit einer bestimmten Sache. Und das ist dann ganz schwer für diese Menschen, weil Erfolg triggert natürlich auch, hey, das passt, ja, und ständiges Belohnungssystem. Das ist dann sehr schwer, eine andere Perspektive auf dieselben Output zu lenken, ja. Und offen zu sein ist etwas wirklich, es gibt so viele Experten in der Welt, das ist Wahnsinn. Wir müssen zuhören. Wir müssen uns noch einlassen, weil es ist so komplex, wie wir funktionieren. Wir sind ein Wunderwerk, ja. Absolut. Da muss man halt die Fähigkeit haben, auch über den Tellerrand zu gucken. Aber ehrlich gesagt, bei uns ist es so, dass die Leute das haben, weil sonst würden sie nicht in eine neurozentrierte Ausbildung gehen, wo, das ist ja noch ein ganz, ganz junges Kind. Seit wann können wir denn ein Bild geben ins Gehirn gucken und wirklich, wie die Verschaltungen sind und daraus dann Trainings Empfehlungen ableiten. Das ist seit 12, 13 Jahren, ja, oder 15, 20 und es wird immer besser. Das heißt, wir strukturieren auch immer neu um mit den Erfahrungen, die wir neu haben. Wir sind nicht fest. Ja, wir sind voll in der Entwicklung, ja. Nicht vergessen, wir haben eben gesagt, Präsenzseminare, Digitale Seminare, mein drittes Medium, wo Sie ja auch unterwegs sind, man kann Bücher schreiben. Ja. Ja, genau. Ich musste bei Büchern tatsächlich gucken, macht man das, weil das ist ganz schwer, vertikale Vernetzungen runterzuschreiben, damit es einfach ist. Das heißt, ich habe populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und keine Lehrbücher oder irgendwie sowas. Außerdem wollte ich auch irgendwann fertig werden. Und ja, über die verschiedenen Themenbereiche, ja. Okay. Und werden wir die... Aber man kann es gut arbeiten. Ja, werden wir unten drunter verlinken, dass wir da ein paar Bücher auflisten. Oh, sehr schön. Damit man sich einlesen kann. Ich denke, es gibt es ein oder andere von Ihnen wahrscheinlich auch auf YouTube. YouTube? Noch nicht. Wenig, das ist ein Medium, was sehr spannend ist, was ich aber noch nicht bespielt habe. Ja. Gut, dann ist das der Einstich vielleicht heute. Ja, vielleicht. Wir können ja durchaus überlegen in absehbarer Zeit, dass wir vielleicht so kleine Schnipselchen von Ihrem Wissen nochmal nachschieben. Ja, es gibt sicherlich so bestimmte Module sozusagen. Und dann können wir dann in Bezug auf diese umfassenden Darstellungen sagen, und apropos hier, da gibt es was da oder da gibt es was da. Dass wir das Thema am Kochen halten sozusagen. Ja, sehr, sehr gerne. Bin ich dabei. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für heute. Das war ein interessanter Einblick, muss ich sagen. Das Grundprinzip war mir klar, aber dass man es so systematisch nutzen kann. Toller Chance. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr Schütz. Vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich, Herr Schütz. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020